hallo und willkommen zurück bei Chorus wir sind jetzt im Reude oder was ist das? Im Reude? Im Reude? Ok ich sehe hier wohl nichts wir fliegen einfach mal straight ich habe kein Sublight es sieht sehr interessant aus Perfektes ausweichen ich habe viele Energie Pocken, sie sind unsheildet wir zerstören diese Blister Yes! Ah, disappointing you are. The pathetic failure. There, on the arms. Fight on! Make them bleed. This changes nothing. Death is inevitable. Make them bleed. Now, futile, all in pain, worthless. Look, the arms end has opened. Good, I'll get inside. Keep going. I think I have to go out. I think I have to go out. 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 And once I die, I have to go out. Look, the arms end has opened. Good, I'll get inside. I'll have to be faster. Fire and strike. It's armed. We tore it off. Man, ey, wieso sind die so weit auseinander? Man verliert auch schnell den Überblick. All your struggles, wasted insignificance. Hit the arms again. Yes. Death imminent. Hit them hard. Okay, sind jetzt noch böse Schiffchen dabei. Shoot them up. Pathetic. Fire and strike. Keep going. Turn on you. To them, you'll always be a button. Never come. Let's get in. Ich seh nix. Impact. Nein, ey. Wenn ich berühre, den Randbruch bin ich instant tot. Das ist ja ultrabehindert. Naja, aber gut, das ist ein fairer, fairer Safe Point. Let's get in. öll ja. Teных. stressful Doch, weiterer. Malwuh any〜 tômaster. We must keep going! Alter Schwere. Oh, ich habe einen Falschgang geklaut. Alter, 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 Alter. Also mit Controller weiß ich nicht, wie ich das hinkriegen soll. Alter, ich sterbe. Ich kriege so schnell so viel Schaden. Unglaublich. Es ist offen. Der letzte Arm ist weg. Er hat sich wegteleportiert. Das gibt es doch nicht. Wo ist er? Was ist das für ein Scheiß, ey? Da portet er sich weg. Und du kriegst permanent Schaden, Alter, das ist behindert. Ja, wo ist er hin? Wo ist er hin? So. Jetzt schon wieder woanders hin. Das war kurios, ey. Das war kurios, ey. Nara. Nara. Ich bin okay. Aber Forza, ich konnte fühlen seine Angst. Nara. Es war für's. Verwachen Sie die Rift. Jetzt all die Rift. Ja. Wann lebt. Also normale Leute hätten das nicht geschafft. I fear our battles... ...are far from over, yes. To kill the snake, he must crush its head. We've detected several rebellions on cult worlds. The news is spreading. And each day, more join our ranks. But it's going to be a long war. Without end. Unless we stop him. I will find him, Admiral. Believe it. I'm staking my fleet and many lives on it. Good hunting, Nara. Thanks. And Rhi, stay safe. I'll leave. You don't know how to stop him. I know where to start. The Canuck Fields. The Circle's most sacred ground. Where it all began. Where the faceless found him. And where his secrets lie. Can we not kill him? I don't know. Is he a martyr or so? So. But here seems to be nothing to be. There's no question. No question. No question. No question. No question. No question. All done. Perfect. We have also got the other weapons on stage 5. It frees me. Yeah. 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 We have to do that. You can come back to him. See you. Yeah. Yeah. I have to go back into that pool. You can go back into it. Me. You can go back into that pool. Yeah. And then we are going back into the pool. wir haben ja vorher alles erledigt es gibt auch so wie es aussieht keine wiederholbaren endlosen nebenquests also es kommt auch immer mal wieder welt ereignisse auf aber wenn wir jetzt auch mal hier reingucken also hier ist auf einmal nicht wieder ein fragezeichen oder sowas also wir können die welten abschließen was ich jetzt feiern würde wäre jetzt auch das regt natürlich viele auf so eine fortschrittsanzeige also hier so jetzt am rand oder so wenn man ein gebiet theoretisch abgeschlossen hat wo dann erst dann nicht vorher erst dann hier so steht ja hier so und so viele nebenmissionen so sieben von sieben außenposten so neun von neun unseren blödsinn also da kommt nämlich dann mein perfektionist zum vorschein weil sowas mache ich dann gerne wenn das direkt von anfang an da ist dann ist das wie arbeit aber erst wenn man am ende so wenn man das gebiet theoretisch jetzt verlassen würde und es dann da steht das wäre mega aber ich denke wir haben alles alles even i receive power here but it has changed into perfect darkness and it's growing the void's long dark of night the faceless daint set course the temple where i last saw the great prophet okay ich kann ich kann sublight wie sieht denn die karte hier aus okay das die wird immer kleiner habe ich das gefühl dieses wurmloch ne das ist anscheinend immer irgendwie vorhanden ich weiß auch nicht bis hier das ist Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte der noch einen anderen Mann. Auf dem Weg. Das ihr hier, dass hier Zivilisten rum sind, das finde ich komisch. Das ist Nara. Nehmt ihr Hilfe? Wir sind auf der nächsten Tränenhaven. Aber es gibt Berichte von Hostiles. Können Sie uns besuchen? Natürlich. Wir brauchen den Weg. Ich habe mich eher gefragt. Wer seid ihr? Was sucht ihr hier? Das ist doch hier das Heiligtum vom Kult, oder nicht? Ja. Hier sie kommen. Rerouten Thruster's Energie zu unseren Shields. Wir müssen das. Das ist viral. Burn sie. Ja. Die sind. Die sind. Die sind. Die sind. Die sind. Die sind. Ja. Immerland. Und ... ... Also langsam macht die Getling doch relativ wenig Schaden, ne? Aber wenn man da so ein bisschen Verfolgung spielt noch und die wegballert, das ist auch ich dachte schon die wollten da hin oh we made it through the route forward looks safe from here here's something for your trouble thanks captain stay safe target is outside our action range i suggest reducing our distance was das ist das problem wenn du zu viel weg fliegst passiert das let's go you monsters are you ready because i please i can feel it his ship the ruptures forming in our reality faceless yes let's hurry they're entering our reality and only you can seal the ruptures i need to get close to them let's go seal the first fracture four more to go now two are closed that's an aura three sealed which leaves two closed another down to one that was the last one that should keep the faceless from appearing here for now for now i sense energies a fragment i need that energy alive within me my inner strength das sonst ist ja nix gut das hier quest ist glaube ich auch nicht ich überlege mal eine runde zu pflegen einfach eine runde außenrum Aber hier scheint es nicht wirklich zu geben. Hier hinten vielleicht noch. Das wird ein riesen sinnloser Weg hier einmal rum, ne? Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber... Wir gucken mal. Also zu den Großen da hinten... Oh, ich kann jetzt schon nicht. Ich wollte schon sagen, zu den Großen da hinten kann ich nicht fliegen, aber ich kann selbst nicht rumfliegen. Irgendwas hat mich gerade rausgehauen. Und ich habe ein Geräusch gehört. Aber ich sehe keine weitere Erinnerung. Und auch kein Loot. Ich glaube, die Fakilis sind in Weight. Ich denke, die Fakilis sind Einheit, wie sie Menschen leben. Dann würden sie... Natürliche Fakilis sind. Und sie hat nur so lange Nigdy als Menschen existiert. Eine Co-existenz. Ja, und wie unsere Realität erfolgt hat, hat das auch ein glücklicher Raum gemacht. Dann, wenn die menschliche Realität endet... So geht es auch. Irgendwie muss die Balance erfolgt werden. Harmonie. Denn der Mensch allein ist schon ein Ungleichgewicht. Das ist doch eine Zitadelle hier, ne? Das Herz. Das Herz. Hä, hier war doch noch einer. Wo ist der denn jetzt hin? Da. Hm. Hier liegen da einfach ein Kampfprotokoll rum. Sonst scheint hier aber nicht zu sein. Ist hier ein Hangar? Wahrscheinlich später wäre hier ein Hangar, ne? Wenn wir das hier erobern. Ja, hier ist später ein Hangar wahrscheinlich. Oder? Ne, ich kann auch einfach reinfliegen. Kann auch sein. Boah, das sah wie ein Hangar aus. Oh, da gibt's viel. Oh, da gibt's viel. Was? Was? Es ist all about war. Es ist immer war. Wir sind so gut in finden mehr Reasons zu töten. Aber wir haben so viele. Warum? Bis zum anderen zu senden sie wieder zu murderern? Und noch... ...send sie so schnell zu retten. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Debt! Debt! Help! Ja! Debt ist inhevitable! Keep going! They didn't stand a chance. Can't thank you enough. Here's some compensation. Mir scheint einiges zu geben. Arva! Those creatures we saw, they're back. Okay. Get close and shoot one down. We need a sample. Sure. Alright. Stay safe. We'll catch up soon. The settlers. They shot at the Faceless first. Reckless. And sadly typical of humans. Yes. It is. True. That thing. That creature. It appeared again. Are you sure? Yeah. Very. What should we do? I don't know. Report it to Arva? What if it shoot us? I didn't see any weapons. The first seconds. Didn't fear the Faceless. Now they have learned. It has no weapon. Lass mal drauf schießen. Das heißt, die Faceless waren am Anfang sogar gar nicht mal böse wahrscheinlich. Weil die haben nicht zuerst geschossen. Natürlich hat der Mensch zuerst geschossen. Ist doch klar. Ich weiß, da war ein Höhleneingang. Gucke ich später mehr an. Bleib erst mal draußen. Boah, es gibt keinen Rückwärtsgang. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie wäre er Angst? Die. Es war so schnell. Es ist nicht eine ordentliche creature. Es hat sich verändert und verletzelt. Entschuldigung. Es hat sich verändert. Es sah wie... Was? Es vergessen. Es raus. Es sah wie ein Nachtmutter. Es sah wie ein Traum ich habe, okay? Sie sollten die Gesichter haben. Er hat auch mal das Schlicht angemacht. So, hier war irgendwo der Eingang. Vielleicht hätte ich doch zuerst in die Hülle fliegen sollen. Da. Ist auch ein Zug. Okay. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch was, wo wir noch nicht hin können. Ich kann auch nichts mit dem hier machen. Ich habe auch F probiert. Das geht auch nicht. 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 Das sind die Nachtmutter. 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 Das ist alles so falsch. Wenn Sie sie wollen, machen sie jetzt. Sie wissen, was passieren. Sie wissen, was passieren, wenn sie nicht. Ich bin schon weg. Das sind die Nachtmutter. Hit them hard. Target down. Damage confirmed. Nirvidal, scum! Shut them up. That was the last of them. We wouldn't have seen our families again. It's not enough, but take this. Can I do it again? Ne, all is gesperrt. Wollte grad sagen. So, einmal noch da rüber, dann zu dem Mittelschiffswrack und dann können wir reinfliegen. Dann haben wir auch schon die Karte erkundet. Ja, die ist leider nicht so groß. Vielleicht kommt da ja noch was, aber im Moment sieht's nicht nach mehr aus. Was war's? Not so, was war's? Saric, was war's? Not so. Thank you. Tofu, was you? Er erinnert mich zuerst. Er hat mich über einen besseren Weg für Humanität gebracht. Und später? Er wurde mein Mentor. Wir hatten viele Intimate Talks über die Zukunft. Aber als er in Kraft hat, ich sah glimpses von größeren Ego, Intoleranz und Brutalität. Es kann sein. Das ist Chatter von Circle Ships. Wir sollten uns zu treffen. Die Tod ist imminent. Die Tod ist imminent. Die Tod ist imminent. Die Tod ist imminent. Los geht's. Die Tod ist imminent. Die Tod ist imminent. Die Tod ist imminent. Wir haben eine gute Rewardung nach dem Skirmish. Ich bin ein. Forsa, da ist etwas neben dem Wreck. Energies. Strength. Strength. Glocked by the long dark night of the void. Ja, man. Können diese Energies strengthen you? Yes. Come to my rights. In der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. Wohl auch nicht. Ich konnte nicht Escape drücken aus irgendeinem Grund. Also bis dann. Ciao. Wohl. Farben. Van Research.